Iran plant direkten Angriff auf Israel als Revanche für Tötung von General Haniyah. Laut Berichten aus israelischen Geheimdienstquellen hat der oberste Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, einen direkten Angriff auf Israel angeordnet als Revanche für die Tötung von Haniyah. Es wird spekuliert, dass der Iran dabei auf verschiedene Methoden zurückgreifen könnte, darunter Raketenangriffe, Cyberangriffe oder terroristische Aktivitäten. Israel hat bereits seine Verteidigungsbereitschaft erhöht und warnt vor möglichen Angriffen aus dem Iran. Die internationale Gemeinschaft ist besorgt über eine Eskalation der Spannungen in der Region und ruft zur Deeskalation auf. Es bleibt abzuwarten, wie Israel auf mögliche Angriffe reagieren wird und wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Die Tötung von Haniyah hat die Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter verschärft und könnte zu einem gefährlichen Konflikt in der Region führen. Mehr Informationen auf www.hansiyah.de